Kapitel 6 Die Hexenküche Ein weiteres Mal wurde Faust ganz wundersam klaustrophobisch zumute. Der Schwefelgestank hatte sich immer noch nicht aus Mephistos Kleidung verflüchtigt. So hatte er keine Wahl, als die Lippen zusammenzupressen und zu hoffen, dass es bald vorüber war. Das sollte es auch sein. Ein paar Momente später knallte Faust erneuert auf einem harten Boden auf. Diesmal war es jedoch einer aus Stein. Sie befanden sich in einer Höhle oder so etwas Ähnlichem. Es war dunkel. Faust konnte schemenhaft die Umrisse Mephistos neben ihm erkennen. Wir haben vergessen zu bezahlen, bemerkte Faust. Schon gut, antwortete Mephisto. Ich habe fünf Euro auf dem Tisch liegen lassen. Er presste die Augen zusammen. Verdammt, die sind jetzt ja noch wertlos. Ach, was soll's. Komm hier lang. Er führte Faust die Höhle entlang. Lockere fünf Minuten eierten die beiden durch die Gänge. Dann wurde es heller. Faust konnte eine Öffnung des Tunnels erkennen. Sie kam näher und näher. Und als sie da war, glich Fausts Gesicht einem Karpfen. Er machte gigantische Klubschaugen und öffnete und schloss den Mund wieder. Und wieder. Der Anblick war wahrlich überwältigend. Sie befanden sich in einer nicht sehr großen, aber ungeheurer hohen Höhle, die von innen einer kolossalen Holzhütte glich. Nur ohne Fenster. An jeder Wand gab es einen Eingang. Jeder einzelne davon verlor sich ins düstere Nichts. Die Wände waren gespickt von Regalen, die bis unter die Decke mit fremdartig aussehenden, Wurgreize verursachenden, jedoch auch faszinierend wirkenden Gebilden, allesamt in Einweggläser gestopft, gefüllt waren. An der Decke baumelte ein großer Kronleuchter, der imstande war, den ganzen Raum mit Licht zu durchfluten. Inmitten der Halle ragte ein großer Kessel empor, der über einem friedlich prasselnden Feuer ruhte. Faust konnte sich nicht satt sehen. Wo sind wir? fragte er verdattert. Bei einer alten Bekannten zu Hause. antwortete Mephisto. Deinen ersten Wunsch betreffend. Wie war da noch? Du willst wieder jung sein, richtig? Er ging ein paar Schritte und ließ sich in einen tiefen Sessel fallen, der wohl fast gleich bequem, wie Fausts Wildledersessel war. Im Grunde genommen ist das hier ganz einfach. Alles, was du tun musst, ist dein gesamtes Leben auf einen einzigen Bauernhof zu beschränken. Du pflanzt den Grünsack selbst an, du ziehst den Rindsgulasch selbst auf, bis es groß ist und am besten fabrizierst du deinen Dünger auch noch ganz selbst. Wenn du das ein paar Jährchen durchziehst, bist du in Nullkommanix wieder 80 Jahre jünger. Faust schaute misstrauisch drein. Das konnte Mephisto doch nicht ernst meinen. Nein, Mephisto, viel zu anstrengend. Dann muss wohl doch die Hexe ran. Er stand auf und richtete seinen Blick in Richtung des großen Kessels. Wie auf Kommando kam hinter dem Kessel eine alte, unsympathische Frau hervor und stellte sich auf eine Art Podest. das an der Wand stand. Sie war einer der Menschen, die man auf offener Straße ständig anstarren hätte müssen. Man wusste aber selbst nicht, wieso. Die Bucklige ließ ihre laute Stimme erklingen. Ladies and Gentlemen, Madame et Monsieur, sehr verehrte Damen und Herren, ich danke Ihnen, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind. Faust sah sich unsicher um. Der Raum war leer. Wie immer bieten wir auch heute rare, handgearbeitete Artikel an. Hauptsächlich von mir hergestellt. Lass das Geplänkel! unterbrach sie Mephisto. Wir sind nur wegen einer Sache hier. Wir brauchen was, um den guten Heinrich hier ein paar Jahre jünger zu machen. Natürlich, der Herr. Sie holte ein kleines Fläschchen hervor, in dem eine azurblaue Flüssigkeit glitzerte. Bitteschön. Ein feinstes Inventus-Serum. Von mir selbst gebaut. Wer es trinkt, erlangt sofort jugendliches und knackiges Aussehen. Wir beginnen bei 20 Joachimsthaler. Wer bietet mehr? Mephisto meldete sich. 25 Taler! Wir befinden uns bei 25 Joachimsthalern. Wer bietet mehr? Faust sah sich erneut um. Der Raum war nach wie vor leer. Mephisto ergiff das Wort. 30 Taler! Wir befinden uns bei 30 Joachimsthalern. Wer bietet mehr? Faust sah Mephisto unglaublich an. Bist du verrückt? flüsterte er ihm zu. Wir hatten die Flasche für 25 Taler. Problem, du hast bekommen können. Mephisto beachtete ihn nicht. 40 Taler! Wir befinden uns bei 40 Joachimsthalern. Wer bietet mehr? 70 Taler! Wir befinden uns bei 70 Joachimsthalern. Wer bietet noch mehr? Faust war der Unmacht nahe. Mephisto war jetzt still. Er lächelte nur selbstzufrieden. Die Hexe brüllte durch den Raum. Zum Ersten! Zum Zweiten! Und zum Dritten! Eine Flasche Inventus Serum, verkauft für 70 Joachimsthaler an den charismatischen Herrn mit der Glatze in der ersten Reihe. Mephisto schritt anmutig das Podest herauf, um der Hexe 70 Joachimsthaler in die Hände zu drücken und den von ihm erworbenen Artikel an sich zu nehmen. Faust stand auf dem Fußboden und starrte ihn nur unglaublich an. Das konnte doch nicht wahr sein. Die Hexe meldete sich erneut. Vielen Dank, dass Sie Ihren Abend mit uns verbracht haben, meine Damen und Herren. Bis zum nächsten Mal. Dann ging sie in einer Rauchwolke auf und war verschwunden. Hier, fang! Mephisto warf Faust mit einer lässigen Bewegung das Ivoentus Serum zu. Dieser ließ es prompt fallen. Die Flasche zerbrach jedoch nicht. Mephisto starrte mit einem wahrlich legendären Gesichtsausdruck, welcher es zu fotografieren wert gewesen wäre, auf die Flasche. Das war knapp. Bist du denn wahnsinnig, das Glas einfach fallen zu lassen? herrschte er Faust an. Faust hob die Flasche auf. Wieso hast du immer weiter geboten, Mephisto? 20 Dollar wäre ein absolutes Schnäppchen gewesen. Ich weiß, konterte Mephisto. Aber so hat das Ganze doch viel mehr Spaß gemacht, nicht wahr? Er kicherte. Faust schüttelte den Kopf und öffnete die Flasche. Er setzte sie an seine Lippen und trank sie in drei großen Schlücken aus. Ihm wurde plötzlich ganz schwummerig zumute. Mephisto packte ihn und setzte Faust in den Sessel, der fast so bequem wie sein Wildledersessel war. Er fühlte sich angenehm an. Faust sah Mephisto ins Gesicht und grinste. Dann wurde ihm schwarz vor Augen.